Willkommen in meiner Küche bei der Herstellung von einem Sattmacherbrot, das ist ein Vollkornbrot. Dafür brauchen wir 500 Gramm lauwarmes Wasser, 1 Würfel Hefe, 500 Gramm Roggenvollkornmehl, 80 Gramm Leinsamen geschrotet, 2 Teelöffel Salz, 20 Gramm Basalmiko, 80 Gramm Sonnenblumenkerne und 100 Gramm Walnusskerne. Anstatt 500 Gramm Roggenvollkornmehl könnt ihr auch mischen mit 250 Gramm Dinkelmehl und 250 Gramm Roggenvollkornmehl. Was fällt euch auf, wenn man die Zutaten anschaut? Genau, ich habe das Wasser vergessen. Ich bin sofort zurück. Jetzt habe ich mir mein Wasser geholt und wir geben auch direkt das Wasser in den Mixtopf rein, den Würfel Hefe dazu. Natürlich schon mal schön zerbröseln. So und das Ganze jetzt für 2 Minuten, 40 Grad, Stufe 2. Jetzt können wir unser Mehl dazu geben. Ich habe jetzt reines Vollkornmehl genommen, ich habe das nicht gemischt. Jetzt kommen auch 80 Gramm Leinsamen mit rein, unser Salz, der Salmikum. Und das Ganze jetzt für 3 Minuten auf Kneten. Bevor ich jetzt anstelle, ich gebe ja gleich noch Sonnenblumenkerne hinzu und Walnusskerne hatte ich ja auch noch da, oder beziehungsweise Walnüsse. Die habe ich jetzt natürlich vergessen vorher zu zerkleinern, weil ganz so groß wollte ich sie nicht reingeben. Deswegen habe ich sie hier schnell im Quick Chef reingetan, werde mir die gleich schon mal ein bisschen zerkleinern, auf die Größe, wie man gerne möchte. Das ist selbst überlassen, wie groß die Stücke sein sollen. Nur, dass ihr wisst, am besten bevor ihr das Brot anfangt damit das Wasser und die Hefe aufzulösen, macht am besten erst die Walnüsse klein, füllt sie dann um oder macht sie separat und schon mal klein. So, jetzt habe ich wieder viel gequatscht. Drei Minuten, kneten, bis gleich. Das Kneten ist fertig. Ja, wobei ich gerade sehe, bei mir hat er noch nicht wirklich geknetet. Ich zeige euch mal das Ergebnis. So schaut es noch aus. Also da ist oben noch gar nichts passiert. Ich schiebe es jetzt alle mal ein bisschen mit dem Spaten nach unten. Und rühre das auch einmal ordentlich rum. Ich werde es jetzt nochmal für drei Minuten anstellen. Ich hoffe, dass das klappt. Sonst muss ich leider dran kneten. Und das wäre schade. Bis gleich. Also beim Kneten passiert noch nicht wirklich was. Daher gehe ich jetzt mal hin. Ich probiere etwas anderes aus. Ich stelle jetzt mal nur auf 30 Sekunden. Vielleicht nehmen wir auf 25 erst. Und Motorstufe 4. Mal gucken, ob das klappt. Wäre ja schade, wenn Kali das nicht kann. So, jetzt schaue ich nochmal rein. Ne. Ich weiß nicht, ob es an meinem Kali liegt. Ob da irgendwas stimmt. Ob der Teig in sich überhaupt nicht im Kali funktioniert. Ich hole mir den Teig jetzt raus. Und werde ihn in der Hand weiter kneten. Da schaue ich wieder meine Backunterlage raus. Jetzt stäube die ein bisschen mit Mehl. Warum zeige ich euch trotzdem das Video. Mich würde interessieren, wenn ihr das nachmacht. Ob das bei euch funktioniert hat. Am liebsten würde mich das natürlich interessieren. Bei Benutzer, die den Kali oder den Gourmet Max haben. Da die beiden ja eigentlich baugleich sind. Dass man einfach da mal die Erfahrung austauschen kann. Wie es gelaufen ist. Jetzt unten sitzt das Flüssige drin. Das ist das erste Brot, was mir der Kali nicht knetet. Das finde ich ein bisschen seltsam. Wie gesagt, daher lasse ich euch das Video. Schaut es euch gerne bis zum Ende an. Probiert es doch mal aus. Wenn ihr halt auch bereit seid, im Notfall, so wie ich jetzt per Hand weiter zu kneten. Und dann wäre es ganz toll, wenn ihr mir eine Nachricht schickt. Oder ihr könnt auch gerne unter dem Video kommentieren, ob es geklappt hat oder nicht. Denn das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ist halt eigentlich ein Rezept wieder für die andere Maschine. Die etwas teurer ist. Aber bis jetzt konnte ich eigentlich jedes Rezept auf einen Kali umwandeln. Nur das hier nicht. Deswegen probiert es aus, wenn ihr Lust habt, das zu testen, ob euer Gerät das schafft. Und wenn ihr mir dann schreibt oder unter dem Video einen Kommentar hinzufügt, dann seid doch so nett und schreibt auch bitte dabei, was für eine Maschine ihr habt. Und wie ihr das dann gemacht habt, damit es funktioniert. Meine Hände sind wieder einigermaßen sauber. Ich habe den Römer Pane. Den habe ich jetzt mit Backtrennmittel eingeregen. Ich hatte mir sonst das Problem, dass mir das Brot immer festgebacken ist. Leider hat er auch keinen Deckel. Deshalb arbeite ich gleich mit Alufolie. Den Backofen brauchen wir nicht vorreizen, damit Brot in den kalten Ofen kommt. So, ich gebe jetzt noch mal ein bisschen Mehl oben drauf und versuche mal ganz leicht, das ein bisschen zu formen. Ich hoffe, der Geschmack haut das wieder raus, die ganze Arbeit. Es wäre echt schade, wenn die ganze Arbeit umsonst gewesen wäre. Aber das kann ich euch ja nachher berichten. So. Jetzt gebe ich das in den Römer. Ihr könnt natürlich jede andere Brotform nehmen. Ich drücke das ein bisschen an. So schaut es eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, der Aufwand dabei ist halt ein bisschen blöd. So, ich mache mal noch ein paar Schnitte mit rein. Ich weiß nicht, ob das muss, aber schaden kann es ja auch nicht. So, jetzt gebe ich meine Alufolie drüber. Ich stupfe sie immer so ein bisschen hoch, wie bei einer Haube. Damit das Brot ja auch noch Platz hat, um ein bisschen aufzugehen. So, das reicht schon. Das Ganze kommt jetzt für 40 Minuten bei 220 Grad Ober- und Unterhitze in den kalten Ofen, unterste Schiene. Nach den 40 Minuten nehmen wir unsere Haube oder euren Deckel ab. Und dann kommt das nochmal 20 Minuten bei 180 Grad in den Ofen. Ich melde mich nachher wieder. Das ist das Ergebnis von meinem Brot. Schaut soweit ganz gut aus. Lässt sich auch gut schneiden. Wie gesagt, mich würde jetzt wirklich interessieren, probiert es doch einfach mal aus, wenn ihr Lust und Zeit habt. Und berichtet mir, wie das bei euch gelaufen ist. Konnte eure Maschine das bewerkstelligen oder nicht? Viel Erfolg beim Nachmachen. Ich freue mich auf eure Ergebnisse und bis bald. Bis bald.